Nee, nee. Schmitty, erster Hangar? Immer noch, ja. Jetzt nicht mehr, Alexi. Was? Ich bin nicht mehr beim ersten Hangar. Im zweiten? Genau, ich bin jetzt im zweiten Hangar. Okay, du läufst auf die andere Seite vom zweiten Hangar. Alexi, ich geh aus dem zweiten Hangar raus. Ich geh wieder rein, ich geh wieder rein. Alexi, ich bin im zweiten Hangar raus. Ja, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Beeil dich, bleib in Deckung. Ja, jetzt dahinter. Okay, dazwischen, dazwischen, dazwischen. Und in den dritten Hangar. Okay, wo? Er hat geschossen. Ich weiß nicht, ob's... Fuck, na, plage.